Ist euch schon mal aufgefallen, dass in der Finanzcommunity jedes zweite Video von finanzieller Freiheit handelt? Aber diese Leute, die da immer von finanzieller Freiheit reden, die sind alles andere als frei. Ganz im Gegenteil, die mögen Millionen haben, zig Millionen, aber sie reinen immer noch weiter und weiter dem Geld hinterher, machen weiterhin Business, husteln immer mehr, um noch mehr und mehr und mehr Geld zu kriegen. Das ist doch keine Freiheit. Ganz im Gegenteil, sie sind Sklaven ihres Geldes. Und das bin ich nie gewesen. Ich habe vielleicht den Bruchteil, den kleinsten Bruchteil einer Million, hatte ich mit Mitte 40. Und dann habe ich gesagt, so jetzt ist finito, jetzt fange ich dem Geld nicht mehr hinterher, ich mache mir ein schönes Leben und das ist Freiheit. Da war ich frei. Und das hat mit Geld wenig zu tun. Jedenfalls nicht mit Millionen.